Wie ist das? Willst du meinen Vlog einleiten? Ich grüße euch. Wie willst du meinen Vlog einleiten? Ich bin hier mit Tim Gabel heute. Das ist schon sehr romantisch, finde ich, hier auf jeden Fall mit den ganzen Lichtern und sowas. Und wie du mir so ins Gesicht bläst. Es ist super nice, es ist einfach nur schön. Weißt du noch, wo wir damals hier uns das erst mal getroffen haben? Guten Tag, liebe Freunde. Ich bin in Hamburg, komme gerade aus meinem Hotel. Ich bin in Marriott. Heute geht es auf die OMR, die Medienmesse. Wurde eingeladen. Okay, let's go. Ich hoffe, ich hunge. What the fuck, Digga. Was ist das hier? Gamescom? Ja, Leute, das ist es wieder. So sieht das Ganze hier aus, Alter. Keine Ahnung, drei Jahre her, dass ich so viele Menschen auf einmal gesehen habe. Das fühlt sich gerade so an, als wäre ich in Köln auf der Gamescom. Ich bin ganz ehrlich, Alter. Was geht? Guck mal, wer da ist. Wir haben uns erst mal hier auch ganz entspannt den 30-Gacker, man kennt ihn, in Flasche geholt. Es ist ja auch schon 14 Uhr. Prost, Prost. Oh, ein schönes Messer-Erlebnis. Das Krasse ist, Quentin Tarantino ist auch auf der Messe. So, Quentin, I like your films very much. My favorite film was Kill Bill. The one and the two. Thank you so much for the next time. Bye. Ah, das bin ich, ja. Guck mal, Leute, da bin ich. Wow. Der Blick auch. Ich mache ein Interview mit Quentin Tarantino. Hast du gesehen? Das ist so krass, du bist so weit gekommen. Hast du jetzt noch auf der Außenküche? Ja, vor einem Jahr noch irgendwie sehr und jetzt auf einmal hier. Eins, zwei, drei. Ich habe Quentin geküsst. Letzten, zwei, drei. Homies. Oh, das ist ein schönes Rumpen. Dankeschön. Cool. Guck mal. Quentin, also. Nun, was ging da denn ab? Digga, diese Bilder sind so feil. Oh, guck mal, wer ist Tust denn? Die Beats. Ashton, you think you're famous, yeah. You think you're famous, but look at this dude. Dude, I watch your streams every day. You watch my streams every day? Every day, I like you so much. Can you give me an autogram? I can give you an autogram, Ashton, if you want to. On my chest? Eh, on your chest, okay. Okay, on my chest. Okay. Maybe on my cock. Okay, Ashton, we can go deeper. Oh, yes, I like it. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so glücklich ist. Auf einem Pferd zu reiten. Würdest du bitte nicht filmen, wenn ich hier sitze? Würdest du bitte das lassen? Oh, sorry. Ich mache hier gerade ein Geschäft, danke. Leute, was sagt ihr zu meinem Outfit? Kann ich so auf die Dachterrasse des Gier-Jahres-Titan-Hotels gehen? Wir machen jetzt eine entspannte, ähm... Barbecue. Barbecue. Alex sieht auch wundervoll aus, guck dich das an. Wow. Boah, wie geil. Ich war ja noch nie drin. Was sind das für Aufzüge? Müsste hier doch richtig geil so Fahrstuhlmusik laufen, finde ich. Schau, wie geil. So. Für alle, die gefragt haben, wie mein Hotelzimmer aussah, so sah es aus. Cool. Geil. Gebt dem Video einen Daumen hoch, dass ich euch das gezeigt habe. Leute, wir haben euch angelogen. Wir sind heute gar nicht wegen des Red Bull Soundclashes hier, sondern... Dortmooond! Fussball! 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 Nein! Sehr schnell sein Tassi auf. Was hast du mit meinem Getränk? Ey, hört mal bitte auf. Das ist ein Schwan. Ah ja, perfekt. Ich habe heute ein Ding, das läuft mit meinem Schwanz. Also drei Ellen bis zum Hals. Ja, drei. Durch drei ist eine Elle. Ich sage, ähm... 16,90. 16,90. Willow, kannst du das beschädigen? Dankeschön mit der Kamera. Mein Schwanz? Ja? Okay, perfekt. Super, danke. Moin! Wiederholungsbedarf! Cheers! Leute, unsere Becher leuchten. Ey, das ist ja mein Tesla-Bro. Ach nee, warte mal, ich habe ja gar keinen mehr. Ey, Kevin, ist uns gleich diese Sternzeichenfrau, die wir da sehen? Du bist so... Voll... Ich bin Kevin nüchtern. Ich bin voll nüchtern, was soll das? Ey, Leute, wo geht's Tequila? Hör mich bitte in diesen Spiegel und sag mir, dass ich noch nüchtern bin. Okay. Ich bin voll nüchtern. Hör mich bitte. Da bist du nüchtern. Oh, was? Oh, Digga. Dortmund ist schon schön, ne? Bro, du bist fucking cool, Alter. Ich bin nüchtern! 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 Ich schweige es auf diesem Schiff. Ich schweige es auf diesem Schiff. Fortstopp! Stopp! Alle Ruhe beruhigt euch! Zugabe! Zugabe! Mit T-Shirt Conquest! Ausziehen! 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 Geht es hoch oder geht es... Runter! 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 Oh Mann, Digga, Aftershow, let's go! Leute, ein legendärer Moment. Jova trifft Vincent Weiss. Jetzt ist es endlich offiziell. Leute, das Event war eine 10 von 10. Danke, Red Bull, für die Einladung. Auch Dankeschön an mein Management für die Einladung zur OMR. Es war eine geile Woche. Und hört nicht auf Kevin, ich war fucking nüchtern. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben. Abonnier den Channel, ihr wisst, was ich meine. Ich geh jetzt pennen! Haut rein, bis zum nächsten Vlog!